was geht leute hier ist benni und dabei habe ich den panda bären ich weiß am überlegen ob ich jetzt absichtlich abwarten sollte hat fast geklappt danke dass du es mir versaut hast meine hoffnung ja ich habe meinen wagen noch mal gepimpt ich glaube ich habe ich so schwul aus sagt der die letzten paar parts in scheiß pinken nissan hatte aber naja das sehen die leute auf deinem channel ja nicht weil du die parts aber noch nicht hochgeladen hast ja aber ich glaube ich hatte in jedem der part sich aufgenommen und noch nicht hochgeladen habe ein anderes auto ja naja mit diesen komischen erfolgen okay weil das steht so guck mal links oben in der ecke unter deinen namen da sind so komische dinge und so ein d das war vorher nicht da ja ach diese schief mensch meinst du ja okay jetzt jetzt halt kurz die klappe ich muss ja auch eine begrüßung machen ich bin neu ja ist ja cool so ja liebe leute wir sind wieder zurück bei need for speed diesmal bin ich wieder nicht alleine denn nach teddy und nach bürocracker und nach dem benny den ich schon mal dabei habe ich jetzt noch mal den benny dabei richtig der mir jetzt gerade hier weg fährt wo bist du blöd arsch denn schon wieder ach komm weißt du was wo ist die map so wir machen was machen wir denn was machen wir denn erzähl uns doch bitte ja die leute sehen das schon was wir machen ich will nicht ich bin noch nicht die leute so es auch schon ein bisschen ich glaube ich habe jetzt den falschen knopf gedrückt verdammt egal ich darauf noch mal einen schönen schönen schlisch ist alles klar gut als er die schluck er dass sie zurück alles klar ja ja wenn du mit dem wenn du mit dem energie trinken fertig bist könnten wir ja auch in erwägung ziehen ein rennen zu fahren ja ja ups ups ich wollte jetzt ich wollte es eigentlich in der verfolgerjagd machen und habe jetzt auf einzelspieler geklickt das war doch warte ich bin sofort wieder kleine augenblick nur dauernd 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 da ja ja okay der toby ist jetzt weg also muss ich irgendwas erzählen hoppala äh warte nein ich möchte hallo ich möchte ach ich kann hier gar nicht raus ach schön ich muss die scheiße jetzt hier machen ich kann hier gar nicht raus jetzt verdammt ja der toby darf jetzt schön alleine fahren ich komme nicht mehr in meinen Stützpunkt rein okay gut fahrt doch einfach bei ihr schenk mir doch einfach mal schön die polizei ab ist okay wahrscheinlich habe ich wahrscheinlich habe ich doch das schwierigste teilgenommen was es wahrscheinlich nur gibt ich bin super dann fahr ich in der zeit hier ein bisschen den t-rex um und fahr doch da weg hallo ram mich nicht von hinten du scheiß Bulle ich meine du dobe polizei ich will das auch machen wie hast du das gemacht ich will das auch machen hallo hallo geht ihr mal weg da so gesagt auf der map okay was ist das verfolger abhängen teilnehmen einzelspieler uuuhh guck dir meine Skills an ich habe richtig Ahnung von dem Spiel hier komm her perfekter Start Fahndungstufe 2 Bezirkseinheiten wuza ich bin hier ehrlich der Badass lokale Einheiten so sehen in amerika also die lokalen Einheiten aus the more you know the more you know desto weniger weißt du im Endeffekt genau richtig alter geht doch mal da alle weg ich werde verfolgt fahrt mir nicht in den weg da hallo hallo geh mal weg da hallo ich möchte ja auch einfach nur hier in Ruhe eine Spritztour fahren sonntags morgens mit meiner Familie und ihr geht mir alle auf den Sack ich wollte eigentlich grad sagen wie doof der Witz war aber du hast mich nicht reden lassen also ja und das auch mit gutem Grund damit du nicht sagen konntest dass der Witz scheiße war deswegen deswegen rede ich auch die ganze Zeit und lasse dir keine Luft zum reden weißt du damit du erst gar nicht auf die Idee kommst und was doof ist zu sagen und da bin ich dann schön dazu gekommen hochfahndungsstufe 2 bezirkseinheiten zwei straßensperren umfahren wo ich bin so ein badass und okay drei fahndungsstufe drei stadtseinheiten wie ja lustig finde ist dass es in dem spiel ja auch so eine art bladyscreen gibt das finde ich irgendwie genial ich meine in einem scheiß Rennspiel es ist eigentlich ein schwarz weiß screen aber es geht um das Prinzip was du hast ein schwarz weiß screen ja wenn man so ganz doll irgendwo rein rammt festname widersetzt oh ich bin so ein badass ja ich habe nämlich gerade so ein schöner SUV von vorne gerammt ich weiß nicht ob die hier auch so heißen aber in Most Wanted haben sie sogar heißen das ist ein Wort ja das war total kram ich bin entkommen ich bin der Beste höchste auch wollen ob ich dachte man muss nun bestimmte Zeit Prozent überleben oder so nein du musst entkommen also ich muss ein Grund ich bekomme was bekomme ich denn fünf Prozent so alt abend jetzt auch einfach mal was ich glaube 2514 was das sind für die Fahrt so richtig viel so verpüße ich mich in meinem Versteck okay ich habe gar nicht genug Zeit um zu einem Versteck zu fahren ey so wie viel habe ich gewonnen wie viel hast du bekommen wie viel hast du bekommen wie viel hast du bekommen Entschuldigung ich habe gerade getrunken äh 2100 noch was ich habe 1200 ja hey that's what she said und ich habe 5000 Gold gezogen Gold ich bin auch so Gold ey Gold ja du bist einfach nur goldig äh Geld genau Geld wollte ich sagen okay so warte Moment jetzt will ich hier kann ich hier wieso geht der nur überall einzeln ach da ha ich kann mir eine Belohnung holen okay uh man kriegt Teile das ist natürlich cool ich habe ja noch kein Teil er hat gesagt ich soll den bringen sonst deabonniert er mich ach das habe ich gesagt ah okay gut ist okay genau also ruhig doch scheiße du kleine Zicke ich zicke ich zicke ja du zicke du hast besser einen Wagen als ich wieso meiner sieht zwar besser aus aber deine hat bessere Punkte so 300 war ich so 300 ist ja mehr als 285 weißt du danke dass ich danke lieber Gott dass ich auch mal einen besseren Wagen als irgendein Mitspieler von mir haben darf ich bin dir zutiefst verpflichtet lieber Gott ich habe auch schon wochenlang nicht mehr gespielt ich spiele eigentlich eh nur mit dir aber dein Wagen sieht auch eigentlich nice aus das ist keine Ausrede weil ich auch seit Wochen nicht mehr gespielt habe aber du war du hast viel angefangen zu spielen verdammt ach wir sollen abhauen okay ja wir müssen abhauen aber wäre es nicht irgendwie lustiger ein Rennen zu fahren oder hast du Angst zu fallen hier wow der flogt aber weg ja wir erleben hier gerade das harte Straßenleben YOLO von Rostov äh wir sind richtige Aslaks Rorport Westside ich versuche gerade das Westside Symbol zu machen während ich mit der anderen Hand fahre und das läuft gerade gar nicht gut scheiße äh rast hier nicht rein okay ah scheiße was habe ich gemacht was habe ich gemacht äh Team Notfallmanöver irgendwas ich wollte nie drohen nicht Ramburg oder was auch immer das war ja das hast du hier aber nicht du hast hier andere Skills du du oh 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 ich komme hier nicht durch ich komme hier nicht durch hast du das gesehen ich habe den weggesmashed alter boom oh das macht Spaß ja du bist so ein genau der richtige Modus für mich ey das ist schön das ist schön hallo alter jetzt geht wow ich habe mein eigenes Auto nicht mehr gesehen die sind alle so hallo verpisst euch jetzt alter hallo verpisst euch jetzt Ramburg Ramburg hat Team Katapult benutzt was das denn ach so du ziehst dich jetzt so an mir ran oder wat genau weil das Katapult auch bedeutet dass man sich an sich ran zieht und nicht irgendwie irgendetwas wegschleudert du schleuderst die Polizisten auf mich ja genau ich schleudere die Polizisten auf dich weil du mein Teamkamerad bist du depp schleuderst du denn auf mich Geschwindigkeit ich habe gar nichts auf dich genommen das ist für uns beide du depp oh was weiß ich denn man 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 Mann mit was für Deppen spiele ich eigentlich äh wieso ist jetzt das Ding nicht angegangen auch äh falsche Tasse gedrückt ich dumm Kopf nein Tobi hat mir gesagt man muss die Tasse drücken und deswegen hab ich's gemacht sonst hat er gesagt ja der abonniert mich richtig genau Rambok geh weg aus dem Weg du die sind schneller als ich Rambok BAM oh das ist cool wo bist du eigentlich da kommt nicht meine Zerstörungswut so richtig in Fahrt was ist denn wenn ich vier drücke was ist das Teamkatapult benutzt und was bringt das genau ich weiß es nicht ich hab mir gerade erst mal so ein SUV ey ich hab mir gerade erst mal so ein SUV ey ich hab immer noch Q3 äh geht doch alter verpisst euch doch hier mal jetzt ohne Witz geht doch mal alle kurz irgendwo in Donutladen und kackt euch die Seele aus dem Leib kackt euch die Zähne aus dem Leib Seele nicht Zähne so okay ja klar wozu geht man sonst noch einen Donutladen als zum scheißen scheiße ah ja gut und weg da oh ja danke was auch immer das was bringt das denn nicht nein ah fuck ich wollte erwischt hi 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 warte ich fäll hier auch Verwarnung wenn du gepackt wirst bemühe mich mal ein bisschen Mensch du Oh nein, scheiße. Na, bemühe dich doch mal so. Ah, ich bin wieder da. Cool. Hi. Der Typ ist kopfüber. Wie kann der mich denn verhaften? Boah. Du Pennerhals. Rapp dich doch nicht immer so zur Seite. Genial. Oh, p***. Äh, okay. Okay, äh. Das war keine gute Idee. Kann ich nicht rammen? Ich kann nicht rammen. Und du machst Rambog an, obwohl niemand... Oh, okay, SUV. Back in dir. Boah, ja. Weg da. Weg da, jawoll. Rambog. Weg, jawoll. Weg. Oh, das ist schön, ey. Weg, weg. Das ist genau das Richtige für mich, ey. Schön. Boom, scheiße, der Rambog war aus. Scheiße. Ich erinnere mich, dass einer am Anfang gesagt hat, äh, ist ein Brenn nicht irgendwie lustiger? Das hast du gesagt. Du hast gesagt, sonst abonnierst du mich, wenn ich das nicht sage. Du kannst mir mal die Mandeln lecken. Scheiße. Egal, ich hab dich mit erwischt, also... 60 Sekunden bleiben zur Flucht, jetzt überlebt. 60 Sekunden lang, 60 Sekunden lang. Wir haben nur noch 60 Sekunden, dann sind wir für durch. 60 Sekunden für 9000 Fuß. Ich weiß doch gar nicht, was Fuß eigentlich sind, aber... Achso, das passen wir noch. Das passen wir noch mal. Scheiße. So ein schöner SUV. Scheiße, noch so ein schöner SUV. Scheiße. Alter, wenn jetzt noch einer kommt, ne? Gangbang, aber vom Feinsten. Komm her, verbinde ich gegen die Wand. So ist gut. Äh... Links oder rechts? Links ist eine Spraßenstere. Wir haben aber... Wir haben nur noch 18 Sekunden für 5000 Fuß. Fuck! Wie? Wie? Alter! Und ich rahme natürlich voll rein, ist klar, und... Komm, das schaffen wir. Ey, das ist unmöglich. Wie? Ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel Zeit vertrö... Aber nein! Aber ja, aber nein... Aber ja, das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Fucking Scheiße. Hä, die haben sich doch jetzt eh alle weggespawnt. Also, ist doch alles okay. Ist doch alles gut gelaufen. Ja. Genau. Richtig. Wir kriegen aber, glaube ich, trotzdem nichts, oder? Nichts? Äh... Nichts! Doch, Handschellen. Nichts? Nichts, ey. Lassen Rennfahren einfach so machen, weil ich so, was ich meine, so, weil ich so... Ein Rennen, ja, wir fahren ein Rennen, ja, wir fahren ein Rennen, ja, wir fahren... Erstmal benutze ich hier meine schönen Belohnungen für... Dafür, dass ich eigentlich nichts gemacht habe und die einfach so bekommen habe. Power-up Nitro, ey, gibt dir gleich, ey, ey. Ich skip de gleich nitro, ticke, schwöre? Skillmod, ey, gibt dir gleich, skillmod, ey. Hab ich eigentlich irgendeine Aufführung, voll? Skillmod, ey. Skillmod, ey. Ja, hier ist noch eins, was haben wir denn? Ne, äh, doch nicht. Ähm, hab ich keine Belohnung bekommen? Ne, ich hab keine Belohnung. Schade eigentlich, aber... Okay. Nehm ich mal in den Stützpunkt und mach da schöne Sachen mit meinem Auto. Ich muss doch mal kurz in den Stützpunkt in mein Auto von, äh, ne, mal richtig hier... Weißt du Bescheid, ne? Pimp. Pimp. Äh, wir gehen meins in den Weg. You got to pimp my ride! Okay. Was? Ich hab nichts gesagt. Okay. Gut. Ich hab nur noch 157.247. What? Dollar. What? Ich hab... Dülp. Dülp. G1.60.000! Hmm. G1. Warum hast du so viel? Das schon wahrscheinlich, weil ich alles immer gleich verprasse und mir nach jedem Parten neues Auto besorgt, ey. Also neue Lat Skeo. Also neue Lackierungen so ein Dreck. Ja. Bist du wieder in der Landschaft drin? Warte. Bis zum nächsten Mal.